Was ist das? Sag mir einfach, es ist für die Kinder. Ich bin ihre Tante und sie sehen mich so gut wie nie. Das kann ich nicht annehmen. Maike, du kannst es gebrauchen, mit mir fehlt es nicht. Ich verbuche es einfach als Spende, aber er hätte es genauso gemacht. Danke. Im Moment sind wir wirklich sehr knapp. Außerdem wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Was denn? Ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich werde ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Tom muss es machen. Wie fühlst du? Eure Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Eure Kinder sind. Das wird er doch nicht. Und das wird er doch nicht. Es wird er doch nicht. Hier sind müssen Geld, wenn ich drauf filmen muss. Das wird es dir nicht so gut. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt.